Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rackers. Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die jüngsten Feindseligkeiten gegen Flüchtlinge in Sachsen stoßen in der Politik auf Entsetzen und Empörung. In Klausnitz hatte diese Woche eine Menschenmenge einen Bus mit Flüchtlingen blockiert. In Bautzen bejubelten Umstehende in der vergangenen Nacht den Brand einer geplanten Asylbewerberunterkunft. Der sächsische Ministerpräsident Tillich sagte in einem Interview mit der Funke Mediengruppe, die Vorfälle seien abscheulich und widerlich. Bundesinnenminister de Maizière erklärte, die Schwellen des Anstands und des Rechts seien deutlich überschritten worden. Eine Unterkunft für Asylbewerber sollte in Bautzen im sogenannten Husarenhof eingerichtet werden. Doch dann brannte es lichterloh. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Etwa zwei Dutzend Schaulüste je zeigten gestern Nacht unverhohlen ihre Freude über den brennenden Dachstuhl. Betrunkene behinderten die Feuerwehr bei den Löscharbeiten. Es ist nach Klausnitz, wo Flüchtlinge von einer Menschenmenge im Bus festgehalten und beschimpft wurden, der zweite fremdenfeindliche Vorfall in Sachsen in kurzer Folge. Bundes- und landesweit ist die Empörung nun groß. Das sind keine Menschen, die sowas tun. Das sind Verbrecher, so Stanislav Tillich, der sächsische Ministerpräsident. Auch die SPD zeigt sich entsetzt. Per Twitter meldet sich Bundesjustizminister Heiko Maas. Wer unverhohlen Beifall klatscht, wenn Häuser brennen und wer Flüchtlinge zu Tode ängstigt, handelt abscheulich und widerlich. Doch auch die Polizei steht nach ihrem Einsatz in Klausnitz in der Kritik. Das harte Vorgehen gegen Flüchtlinge im Bus verteidigte der Chemnitzer Polizeipräsident Uwe Reismann gestern. Im gleichen Atemzug aber kündigte er Ermittlungen gegen Businsassen an. Es macht mir große Sorgen, dass im Fall Klausnitz von der sächsischen Polizei gegen Flüchtlinge ermittelt wird, aber das Fehlverhalten der Polizei noch nicht einmal thematisiert wird und noch nicht mal angenommen wird, dass es dazu gekommen sein könnte. Als inakzeptabel bezeichnet Bundesinnenminister de Maizière die fremdenfeindlichen Vorfälle, verteidigt im Bericht aus Berlin aber die Polizei. Alles, was ich gehört habe, danach war es richtig, alle Asylbewerber und zwar schnell aus diesem Bus zu bringen. Ob es jetzt Provokationen der Asylbewerber gab oder nicht, das kann ich nicht im Einzelnen beurteilen. Den Polizeieinsatz wollen die Grünen im Innenausschuss kommende Woche thematisieren. Außerdem haben sie eine Aktuelle Stunde beantragt. Vor den Landtagswahlen in mehreren Bundesländern dringen die CDU-Spitzenkandidaten verstärkt auf eine schnelle Reduzierung der Flüchtlingszahlen. Die Kandidaten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, Klöckner und Wolf, forderten in einer gemeinsamen Erklärung erneut Beschränkungen an den Grenzen. Ähnlich äußerte sich der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Haseloff. Kanzleramtschef Altmaier warb in der Welt am Sonntag hingegen für eine europäische Lösung. Kurz vor dem Ziel dürfe die Flinte nicht ins Korn geworfen werden. Der Zustrom von Flüchtlingen nach Europa hält unterdessen an. 3.770 Menschen hätten allein gestern Griechenland erreicht, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk mit. Die meisten wollen auf der Balkanroute weiter in Richtung Westen. Wie die Welt am Sonntag berichtet, versuchen Flüchtlinge aber auch verstärkt, über das zentrale Mittelmeer Europa zu erreichen. Nach Erkenntnissen von verschiedenen Sicherheitsbehörden warteten in libyschen Küstenorten bis zu 200.000 Menschen auf besseres Wetter für die Überfahrt. Im Bürgerkriegsland Syrien sind zahlreiche Menschen bei einer Anschlagsserie ums Leben gekommen. Mehrere Bomben detonierten in Gebieten, die von Machthaber Assad kontrolliert werden. In Homs und einem Vorort von Damaskus wurden nach Angaben staatlicher Stellen mindestens 96 Menschen getötet. Ungeachtet dessen wird weiter über eine Feuerpause zwischen den Assad-Truppen und der Opposition verhandelt. Zwischen den USA und Russland, die verschiedene Bürgerkriegsparteien unterstützen, gab es eine Annäherung in wichtigen Fragen. US-Außenminister Kerry scheint bei einem Besuch in Jordanien vorsichtig optimistisch. Noch nie sei eine Feuerpause näher gewesen als jetzt, so Kerry. Im Prinzip sei er sich mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov einig. Wir haben eine vorläufige Übereinkunft erzielt, so Kerry, was die Bedingungen einer Feuerpause angeht. Sie könnte schon in den kommenden Tagen beginnen. Doch noch sprechen die Waffen und der Weg bis zu einer Unterbrechung der Kämpfe ist weit. Die syrische Armee, hier Aufnahmen des russischen Fernsehens, geht mit russischer Luftunterstützung gegen die Terrormiliz IS und die bewaffnete Opposition vor. Die Verhandlungsdelegation der syrischen Opposition verlangt, bevor sie sich auf eine Waffenpause einlässt, Garantien, dass Russland seine Angriffe auch wirklich einstellt. Und Syriens Machthaber Assad will auch während einer Feuerpause weiter gegen den IS, die al-Qaida-nahe Nusra-Front und zwei weitere Rebellengruppen kämpfen dürfen. Unabhängig von den Verhandlungen stellt er Forderungen. Europa muss die Sanktionen gegen Syrien aufheben, so Assad im Interview mit der spanischen Tageszeitung El Pais. Die Türkei muss aufhören, Terroristen nach Syrien zu schicken. Und als Regierung werden wir Terroristen definitiv bekämpfen. Bei Bombenanschlägen in regimebeherrschten Gebieten starben heute wieder viele Zivilisten. In Damaskus explodierten mindestens drei Sprengsätze in einem Schiitenviertel. In Homs zündete die Terrormiliz IS zwei Autobomben. Hillary Clinton hat die Vorwahl der Demokraten um die US-Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat Nevada gewonnen. Die ehemalige Außenministerin ließ ihren innerparteilichen Rivalen Sanders knapp hinter sich. Bei den Republikanern gewann in South Carolina der Milliardär Trump. Sein Sieg sorgte dafür, dass sich die Riege der republikanischen Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur weiter verkleinerte. Er ist der große Verlierer. Jeb Bush, einst Favorit der Republikaner, holte bei den Vorwahlen in South Carolina nicht mal acht Prozent der Stimmen. Und das trotz massiver Unterstützung seiner einflussreichen Familie. Die Wähler in Iowa, New Hampshire und South Carolina haben gesprochen. Und ich respektiere das. Ich beende meine Kandidatur. Etablierte Konservative wie Bush chancenlos gegen diesen Außenseiter. Donald Trump ist der Mann der Stunde. Amerikas Medien reißen sich um den Sieger. Mit satten 32,5 Prozent der Stimmen deklassierte er seine Verfolger. Auf ihm ruhen nun die Hoffnungen der moderaten Kräfte der Partei. Floridas Senator Marco Rubio wurde überraschend Zweiter und könnte nun zum Kandidaten Aldera werden, die den Milliardär und Medienliebling Trump um jeden Preis verhindern wollen. Für sie war es knapper als erwartet. Doch am Ende hat Hillary Clinton gesiegt. Bei den Vorwahlen der Demokraten in Nevada holte sie 52,7 Prozent der Stimmen. Amerikas ehemalige Außenministerin erleichtert. Doch auch Bernie Sanders darf sich als Sieger fühlen. Der selbsternannte demokratische Sozialist kommt Clinton gefährlich nahe. Mit seinem Aufruf zu mehr sozialer Gerechtigkeit bleibt der 74-Jährige ein gefährlicher Konkurrent. Es wird also nicht erneut zum Duell der Polit-Dynastien Bush und Clinton kommen. Selbst zwei Präsidenten in der mächtigen Familie und ein Netzwerk millionenschwerer Gönner reichten nicht, um den als Favorit gestarteten Jeb Bush im Rennen zu halten. Hillary Clinton dürfte dies eine Warnung sein. Der britische Premierminister Cameron bekommt im Kampf um den Verbleib seines Landes in der EU prominenten Gegenwind aus der eigenen Partei. Der populäre Bürgermeister von London, Johnson, kündigte an, das Lager der EU-Gegner zu unterstützen. Die von Cameron beim Brüsseler Gipfel ausgehandelten Reformen genügten nicht. Am 23. Juni sollen die Briten über die weitere Mitgliedschaft in der EU abstimmen. 100 Jahre nach der Schlacht von Verdun ist heute die neu gestaltete Gedenkstätte auf dem ehemaligen Schlachtfeld wiedereröffnet worden. Dort, wo Hunderttausende starben, sind nun auch die Erlebnisse deutscher Soldaten ein zentraler Bestandteil der Ausstellung. Damit soll Verdun zu einer deutsch-französischen Erinnerungsstätte werden. Am 21. Februar 1916 begann hier eine der blutigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs. Es ist der Versuch, zum Jahrestag das Furchtbare von damals in Erinnerung zu rufen. Doch was vor 100 Jahren auf dem Schlachtfeld von Verdun geschah, lässt sich weder mit Schauspielern noch mit Archiven wirklich zeigen. Vielleicht mit einer Zahl. Die Lebenserwartung eines Soldaten in dieser Schlacht betrug durchschnittlich 14 Tage. Die Gegend um Verdun heute. 300.000 starben 1916 in dem Kampf, der zehn Monate ununterbrochen andauerte, ohne dass sich am Frontverlauf etwas wesentlich änderte. Eine neu eröffnete Gedenkstätte dokumentiert diesen sinnlosen Stellungskrieg. Erst nach und nach hat man sich der Realität der Kämpfer von Verdun gestellt, ob er nun Franzose oder Deutscher war. Es gab die gleiche Gewalt, das gleiche Leid, die gleichen Tragödien auf französischer wie auf deutscher Seite. Beide Kriegsseiten gleichermaßen zu sehen, damit hatten sich die Kriegsveteranen noch schwer getan. Erst jetzt konnte die französische Gedenkstätte deshalb zu einer gemeinsamen deutsch-französischen umgestaltet werden. Sie wird am 29. Mai von Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Hollande in einer feierlichen Zeremonie eingeweiht. Eine gemeinsame deutsch-französische Gedenkstätte am Schauplatz einer der brutalsten und blutigsten Schlachten zwischen Deutschland und Frankreich, das wäre vor vielen Jahren kaum denkbar gewesen. Eine solche Gedenkstätte kann heute, 100 Jahre später, zu einem Symbol der Versöhnung und der Mahnung werden. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund das Spitzenspiel für sich entschieden. Die Westfalen gewannen bei Bayer Leverkusen mit 1 zu 0. Nach dem Dortmunder Siegtreffer hatte Schiedsrichter Zweier die Partie für neun Minuten unterbrochen. Die 68. Spielminute, das Spielfeld der Leverkusener Bay-Arena, leer. Diskussionen in den Katakomben Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler und Schiedsrichter Felix Zweier. Vorausgegangen diese Szene vier Minuten zuvor. Dortmund in Gelbbänder wird von Kießling gefoult. Freistoß schnell ausgeführt von Ginter, aber sechs Meter vor dem eigentlichen Ort des Foulspiels. Durm bedient Aubameyang die Dortmunder Führung. Leverkusens Trainer Roger Schmidt soll auf die Tribüne, weil er sich vehement beschwert hatte, aber er weigert sich. Das Spiel wird für neun Minuten unterbrochen. Ein Novum in der Bundesliga-Geschichte. Kurz nach dem Wiederanpfiff gleich die nächste Schiedsrichterentscheidung gegen Leverkusen. Klares Handspiel von Sokrates im Strafraum, nicht gepfiffen, weiter 0 zu 1. In der Nachspielzeit vergibt Cicciarito dann die letzte Chance zum Leverkusener Ausgleich. Unterm Strich ein Dortmunder Auswärtssieg, über den noch lange diskutiert werden dürfte. Auch der FC Augsburg konnte einen Auswärtssieg verbuchen. Die Schwaben gewannen bei Hannover 96 ebenfalls mit 1 zu 0. Im dritten Sonntagspiel trennten sich Schalke 04 und der VfB Stuttgart 1 zu 1. Die Tabelle. München weiter acht Punkte vor Dortmund, Berlin auf Rang drei vor Leverkusen, Mönchengladbach und Schalke. Die zweite Hälfte beginnt mit Ingolstadt, Stuttgart ist Elfter, dahinter Hamburg, Augsburg und Darmstadt. Bremen auf dem Relegationsplatz. Hoffenheim und Schlusslicht Hannover belegen die Abstiegsränge. Zum neunten Mal hat Alba Berlin den Pokal der Basketball-Bundesliga gewonnen. Im Finale des Wettbewerbs setzten sich die Berliner bei Bayern München mit 67 zu 65 durch. Alba Berlin vermasselt den FC Bayern Basketballern ihr Finale in München. Von Beginn an entwickelt sich ein Pokalfight, der von viel Kampf und harter Verteidigung geprägt war. Berlin erarbeitet sich nach der Pause leichte Vorteile, auch durch schöne Offensivaktionen. Erst kurz vor Schluss gelingt den FC Bayern Basketballern der erneute Ausgleich. Duszko Savanovic mit einem spektakulären Drei-Punkte-Wurf beim Pokalkrimi. Edelfern Uli Hoeneß darf wieder vom Sieg seiner FC Bayern Basketballer träumen. Noch zehn Sekunden und dann zittert Berlins Milo Zajewic den Ball irgendwie in den Korb. Das Team von Alba-Trainer Sascha Obradovic muss noch fünf Sekunden überstehen. Bayerns Justin Kops mit dem letzten Wurf. Berlin gewinnt dank besserer Nerven am Ende und Bayern misslinkt der zweite Pokaltriumph nach 1968. Alba Berlin holt den neunten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte. Verhaltene Freude bei Bockpilot Francesco Friedrich. Der Zweier-Weltmeister lag bei der WM in den Spock-Igels auch im großen Schlitten auf Goldkurs. Mit seinen Anschiebern Candy Bauer, Gregor Bernbach und Thorsten Magis leistete sich Friedrich in den letzten beiden Durchgängen zu viele kleine Fehler und musste sich mit vierhundertste Sekunden dem letzten Oscar Smellbadis geschlagen geben. Bronze holte der Schweizer Rico Peter. Nico Walter verpasste als Vierter eine Medaille nur knapp. Titel-Verteidiger Maximilian Arndt musste sich mit Rang 7 zufrieden geben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 22. Februar. Tiefer Luftdruck und Kaltluft im Norden, hoher Luftdruck und Warmluft im Süden Deutschlands. Entlang der Luftmassengrenze gibt's kräftigen Dauerregen, dabei bleibt es sehr windig. Heute Nacht fällt im Norden ergiebiger Regen. In der Mitte regnet es nur gelegentlich etwas und im Süden bleibt es meist trocken. Dort gibt's hier und da auch Wolkenlücken. Morgen in der Nordhälfte weiterhin Dauerregen. Richtung Süden scheint dagegen häufig die Sonne und es bleibt weitgehend trocken. Heute Nacht in einigen Alpentälern um den Gefrierpunkt an der Saale bis 11 Grad. Morgen frische 6 Grad an der Ostsee, in Oberbayern dank Föhn bis 18 Grad. Am Dienstag vor allem in der Mitte Dauerregen, südlich und nördlich davon zum Teil freundlich. Mittwoch und Donnerstag wieder kälter, dabei teils Sonne, teils Wolken mit Regen oder Schneeschauern. Um 22.45 Uhr hat Thomas Roth diese Tagesthemen für Sie. Ausschreitungen in Sachsen, Entsetzen über unverholene Fremdenfeindlichkeit und beispielloses Gemetzel, die Erinnerung an die Hölle von Verdun. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017